So, da bin ich wieder. Der Zugang zum Gebäude wird von mehreren Barrikaden und feindlichen Kruppen verstärkt. Sollen wir den Weg freiräumen? Trotzdem, danke für die Hilfe. Jack, Bravo 2 braucht unsere Hilfe. Die Barrikaden müssen weg. Roger. Schöter, hier ist Bravo 2. Wir stoßen auf ganzem Widerstand. Die bekommt bei uns Gesellschaft. Panzer. Bravo 2, Position halten. Wir erledigen den Panzer. Schöter, los, Schöter. Nein! Alter, ich krieg die Kis. Und das zum zweiten Mal hintereinander, ey. Das ist echt haarig hier. Schöter, der Zugang zum Gebäude wird von mehreren Barrikaden und feindlichen Kruppen verstärkt. Sollen wir den Weg freiräumen? Vorsichtig, danke für die Hilfe. Jack, Bravo 2 braucht unsere Hilfe. Die Barrikaden müssen weg. Roger. Sie bekommt bei uns Gesellschaft. Panzer. Bravo 2, Position halten. Wir erledigen den Panzer. Schöter, Schöter! Schöter! Ey, was ist denn das? Wir stoßen auf's starten Widerstand. Mayday, Schöter 1 wurde getroffen. Ja. Schon wieder. Schöter, der Zugang zum Gebäude wird von mehreren Barrikaden und feindlichen Kruppen machen. Sollten wir den Weg frei rollen? Vorsicht, danke für die Hilfe! Jack, Bravo Zoo braucht unsere Hilfe, die Barrikaden müssen weg! Da ist erstmal die auf dem Haus, dafür weg Wir holen die Mistkerle auf dem Dach Die bekommen da unten Gesellschaft Panzer Bravo Zoo, Position halten, wir erledigen den Panzer Schuss, 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 schuss Wir wurden erfasst, ausweichen So gefällt mir der Panzer besser So gefällt mir der Panzer besser Bravo Zoo, schütt weiter vor Erster, Shooter One Ganz schöner Aufwand zum Schutz eines Piloten Bravo One, Lagerbericht Sie sind gepinnt Bravo Two, erreicht Zielobjekt Wir gehen rein Gut, verstanden Shooter, hier ist Nomad Sixth Street Zeit, die Truppen rücken in das Gebiet vor Beide nähern sich, Deltas Position Ich hab nur noch 8 Paketen Die Fahrzeuge fahren zum Zielobjekt Schaltet sie aus Rotter Wir zerquetschen sie wie Käfer Fahrt nähern sich dem Gebäude Radarkontakt Alter, ich hab keine Raketen mehr und solche Schöne hier Bald haben sie uns an der Gurgel Zeitländer, wir stehen unter Besuch Weindliche Fahrzeuge in Sicht D-Ray, da rollt Verstärkung an Bereich zum Angreifen D-Ray, da rollt Zielsetseur Weitere Freifahrzeuge nähern sich der Gepäckzone Da unten wimmelt es von Falmsten Vielleicht können wir die Führung ausschalten Ja, gute Idee Jackie Sind verpackt Kannste knicken hier Die Chain Gun ist überhüllt Die Chain Gun ist überhüllt Wir haben uns erfasst Mehrer Verluste Wir sind nicht mehr einsatzfähig Wiederhole, nicht einsatzfähig Ja, kommt Leute, wie soll ich denn das schaffen ohne Raketen Schöne Schöne, hier ist Nomad 6-3 Heißt, die Truppen rücken in das Gebiet vor Feinde nähern sich Deltas Position Apaches, feindliche Fahrzeuge fahren zum Zielobjekt Schaltet sie aus Rotat, wir zerquetschen sie wie Käfer Okay Radarkontakt Wagen nähern sich dem Gebäude Ups, wir bauten hier ein Sendemast mit in die Stadt Feindliche Fahrzeuge in Sicht D-Ray, da wollen Verstärkung an Bereit zum Angreifen Ziel zerstört Zeit haben sie uns an der Gurgel Feindkontakt, wir stehen unter Bezug Weitere Feindfahrzeuge nähern sich der Gepächtzone Da unten wimmelt es von Feind, vielleicht können wir die Führung ausschalten Ja, gute Idee, Jackie Wir wurden erfasst, ausweichen! Ich gebe nicht auf bevor ich jeden einzelnen von euch erledigt habe Ja, wo, 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 wo ist denn hier? Da! Arschloch Alle Feindfahrzeuge zerstört Ich saust mir jetzt nie noch die Mission Wie sieht es da unten aus? Gut, Gebäude ist frei Kein Widerstand Gut Bravo One, wie sieht's bei euch aus? Stocksack gesichert Rücken vor Habt ihr das Paket? Legacy Feind im Anflug Oh nein, 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 nein Hol sie runter Hier ist Bravo Four Feindliche Helikopter entgegen Bravo Two Feind bewegen sich auf euch zu Wiederhole Helikopter nähern sich eurer Position Bravo Two Roger Ja sonst noch irgendwas? Die Heinz reißt unsere Linien in Stücke Wir stecken fest Delta wird angegriffen Ich komme Wir wurden erfasst, ausweichen! Ihre Beine fliehen aus dem Gebäude Apazis Der Heinz hinter uns an der Verfolgung der Geiseln brauchen Unterstützung Wir sind auch gepinnt Alter! Arrrr Die Mission ist echt nicht ohne Das ist der Wahnsinn Jetzt kommt auch noch Hubschrauber Ähm Heinz Hol sie runter Hier ist Bravo Four Feindliche Helikopter entgegen Bravo Two Heinz bewegen sich auf euch zu Wiederhole Helikopter nähern sich eurer Position Bravo Two Runter Verdammt Shooter One Die Heinz reißt unsere Linie in Stücke Wir stecken fest Delta wird angegriffen Ich komme Miss Ihre Beinen fliehen aus dem Gebäude Apazis Der Heinz hinter uns an der Verfolgung der Geiseln Ohhhh Er ist meine Gun überhetzt Wir sind auch gepinnt Shooter Könnt ihr helfen? Shooter Wir erleiden starke Verluste Wir müssen den Heiden ausschalten Könnt ihr mir denn demnächst mal irgendjemand helfen? Bravo Four An Shooter One Wir verfolgen Fallein Heiden Haben Sie Red Moon? Das ist doch uns da Das ist doch uns da Bravo Four hat Heinz Kontakt Rückwärtsgang Wirkung Wieviel hält dieser Arschloch aus ey Ausweichen zu Aaaaah falsch Pop das ist die Schuhe an alle Einheiten Red Moon identifiziert Rebellen schleppen ihn zu einem Fahrzeug ich habe noch einen Hubschrauber nicht bis zum Wagen schaffen sonst verlieren wir ihn den Wagen nicht dass unser Paket Schaden ist ja Scherz Kickzap wenn sie den Wagen erreichen verlieren wir Red Moon schneidet ihnen den Weg ab Shooter One attackiert Fahrzeuge Feind er sich Shooter One verknackt, beeilt euch Was Kick ins Red Moon Fahrzeug Ausweichen sofort Red Moon ist im Fahrzeug Feuer einstellt, Feuer einstellt Fickt euch Hol sie runter Oh nein Hier ist Bravo Four Feindliche Helikopter endlich Bravo Two, Feinds bewegen sich auf euch zu Wiederhole Helikopter nähern sich eurer Position Bravo Two roger Verdammt Verdammt Shooter One Die Heins greifen unsere liegen in Stücke Wir stecken fest Der ist dann wird angegriffen Ich komme Ihre Beinen fliegen aus dem Gebäude Ja Der Heins hindert uns an der Verfolgung der Geisel Wir brauchen Unterstützung Wir sind auch gewinnt Shooter, können wir helfen Jawoll Ausweichen, Support Shooter Wir erleiden starke Verluste Wir müssen den Heiden aushalten Bravo Four an Shooter One Wir verfolgen Feindleinheiten Haben Sie Red Moon? Das ist doch uns klar Die Chaingun ist überhüllt Bravo Four hat Feindkontakt Doch Feind Wie überlebt länger Ups Haa die scheiß Zendemassen hier Ähm Feind, näher flieh Shooter One Red Moon ist bei den Rebellen Die Nonsten in der Richtung fliehen Wir halten Sie auf Verstanden Sie wollen zu dem Wagn Wo sind die LKWs? Hier ist Bravo Two Wir haben Red Moon Wir haben Red Moon Wir haben Red Moon Verstanden Bravo Two Wie geht es Ihnen? Er ist geschlecht Aber bei Bewusstsein Roger Bravo Two Vorrücken zum Extraktionspunkt Ich habe mir die hässlichste Camouflage übrigens ausgesucht Ich fände mir gerade aus King Master Hier ist Shooter One Wir haben Major Ilyich Erlebt Bodentruppenrücken vor zur Extraktion Verstanden Shooter Sieh Glück Bitte beende die Mission Ich habe nix mehr Joach frostet Wo sind die Scheiße E Shooter hier ist Nör què Von Heuch faren Laster Richtung Westen Feinde oder Zivilisten Unbekannt Okay wir überprüfen das Nomad, seht ihr die Fahrzeuge? Könnten Zivilisten sein. Stoppt sie. Käpt'n, die Fracht unter der Plane könnte für die Rebellen bestimmt sein. Alles klar. Nomad 6-1 kann die Fracht überprüfen, sobald wir sie gestoppt haben. Sie eröffnen das Feuer. Nomad 6-1 in Deckung. Wir greifen an. Roger. Spielzeit für die Rebellen. Okay. Opa! Jawoll! Noch eine dieser Bomben. Sehr große Explosion. Shooter Ende. Okay. Jetzt habe ich es geschafft. Also für die Aufnahme, ich bin fertig. Ist ein richtig geiles Spiel. Macht richtig Fun. Tut mir leid, wenn ich teilweise ein bisschen... Alles klar, Major? Noch eine dieser Explosionen. Es waren auch Russen dabei. Berater vielleicht. Russen? Korrekt. Der Rettungstrupp ist mit ihnen zusammengestoßen. Seltner? Hast du gehört, was sie sagten? Nur die Stimmen. Sie sprachen definitiv Russisch. Es war irgendetwas über Lastwagen Richtung Süden. Einer von uns hat es gehört. Wir melden uns sofort, Lapua. Die Frau Susan. General. Die Ray hat Hinweise auf die Waffe. Bei der Rettung von Major Ilyich hörte einer meiner Männer Gespräche auf Russisch. Sind Sie sicher? Sergeant Grinbergs Mutter stammt aus St. Petersburg. Er spricht fließend Russisch. Was hat er gehört? Ein Gespräch über Funk. Sie bringen Lastwagen zu einer Stadt im Süden. Da unten gibt es nur Mogadillo. 100 Meilen südöstlich in den Bergen. Clay City. Es gibt dort alte Gebäude, verteilt in den Hügeln. Gut zum Verstecken. Scheiße. Gib mir einen Moment und ich blass alles hoch. Captain. Diese Ruinen sind archäologisch wertvoll. Die können wir nicht sprengen. Es ist besser, Bodentruppen zu schicken. Die werden in den Gassen vom Feind doch nur aufgerieben. Wir müssen auch mit ihrer Waffe rechnen. Ich nehme die AC. Entsendet Sondereinheiten. Wir unterstützen sie mit AC-130. Wir meiden die Ruinen und zivile Gebiete. Ich sage, sprengt den ganzen verdammten Ort zurück in die Steinzeit. Wen schicken Sie zurück in die Steinzeit, Captain? General, wir vermuten Russen unter den Rebellen. Unmöglich. Major Ilyich hat Sie sprechen gehört, Sir. Der Major muss sich geirrt haben. Was glauben Sie, Colonel? Major Ilyichs plan denkt gut. Wir fliegen back up. Russische Piloten greifen diese Ruine nicht an. Das gäbe einen internationalen Konflikt. Wir schaffen das. Mit oder ohne die MiGs. Ihre Wahl, General. Da gibt Stress. Dann wohl ohne. AC-130. AC-130. Aber erst in der nächsten Folge. Gun Chip. Ja. Das war die erste Aufnahme. Ich habe jetzt zwei Stunden, glaube ich. Zweieinhalb Stunden aufgenommen. Bin fertig wie Drecksau. Vor allem die Helikoptermission gerade eben. Mein Speicher ist voll. Ich bin fertig. Das heißt, es ist vorbei. Starby-frei leise ich Videos bearbeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tut mir leid, wenn es jemanden stört, dass ich ein bisschen wenig rede. Ich muss mich da teilweise echt konzentrieren. Wenn es euch zu sehr stört, schreibt es in die Kommentare. Und ich werde... Schreibt einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Wie ihr es findet, dass ich manchmal ein bisschen weniger rede. Ob ihr es okay findet, oder ob ihr lieber wollt, dass ich mehr rede. Dann müsst ihr aber auch damit rechnen, dass ich dann mal ein bisschen mehr schmarrt rede. Naja. Das war's auf jeden Fall. Und auf diesen... Diese Mission dürft ihr euch dann in der nächsten Folge freuen. Schreibt generell mal eure Meinung über das Spiel in den Kommentaren. Wird mir auch mehr interessieren, was ihr von dem Spiel haltet. Ob ich es gut ausgesucht habe. Also ich finde es bisher lustig. Macht richtig Spann. Äh... Spann. Richtig Fun. Hier, ich bin total weh im Kopf. Das kommt jetzt parallel zu Napoleon Total War. Und dann... Später kommt dann auch Steel Armor. Und das letzte überraschende Spiel. Das freut mich auch schon ein bisschen. Das ist auch wieder was anderes. Ich hoffe ihr hattet eure Freude. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis denn haut rein. Euer Benz2740. Ciao.